Stornetto ist ein neues Duschwannenkonzept, bei dem wir auch mit einem neuen Werkstoff DuraSolid Q arbeiten. DuraSolid Q ist ein Verbundwerkstoff mit einem sehr hohen Quarzanteil, der zum einen zur Folge hat, dass die Oberfläche der Duschwannen sehr kratzunempfindlich sind und gleichzeitig eine angenehm, fast steinartige Haptik aufweisen. Insofern auch sehr angenehm beim Duschen. Ein weiterer Vorteil dieses Duschwannenkonzeptes ist auch die sehr flexible Einbaumöglichkeit. Einerseits aufgesetzt auf den Fertigfußboden, halb eingebaut oder eben bodenbündig. Ein, wie wir wissen, Trendthema im Badezimmer. Stornetto ist erhältlich in den drei Farben, wie hier zu sehen, Weiß, Sand und Anthrazit und verfügt mit einer Ablaufleistung von 36 Liter pro Minute mit genügend Kapazität, selbst für großzügige und voluminöse Kopf- und Deckenbrausen. Stornetto ist erhältlich in den drei Farben. Stornetto ist erhältlich in den drei Farben.